In diesem Video nehme ich eine Sound-Collage mit dem SX-8 auf, in dem ich bei gedrücktem Sustain-Pedal durch viele Klänge hindurch steppe und immer wieder neue Noten hinzu addiere. Aber bevor wir mit dem Seamless Patch Change Sound Beispiel starten, Daumen hoch, wenn's gefällt, Kanal abonnieren und die Glocke einschalten. Mit dem Choir String Sound und dem gedrückten Sustain-Pedal beginnend wechsle ich immer wieder den Klang und addiere weitere Noten hinzu, und zwar ohne die zuvor gespielten Noten zu verlieren und vielleicht noch wichtiger, ohne die dazugehörigen Effekte abzuschalten oder Delay und Hallfahnen abzuwürgen. Seamless Patch Change bei Dexable Instrumenten heißt, ihr könnt Klänge nicht nur ein- oder zweimal wechseln, ohne die zuvor gespielten Töne und Effekte zu verlieren, sondern ihr könnt das so oft machen wie ihr wollt, ohne Noten oder Effekte abzuwürgen. Und genau das ist einer der Riesenvorteile der Dexable T2L Sound Engine. Hier oben in der Infobox verlinke ich euch ein Video, wo wir uns anschauen, wie wir einen Trance Dance Floor Sound mit einem gigantischen Hall machen und dieser Hall wird auch nicht abgeschnitten, wenn wir während der Abklingphase Klänge wechseln oder User-Memories wechseln. Danke fürs Reinschauen! Danke fürs Reinschauen! KardCon Untertitelung des ZDF, 2020